Mein Gott, ey. Von so einem ätzenden Spaß umgebracht worden, ey. Unter meiner Würde. Es tut mir leid, echt. Ich hab auch extra grad aufgehört, weil... Erstens, dass das Video überendet. Zweitens, ich hatte echt keine Lust, mich jetzt... Echt, äh... Ja, ich mich jetzt... Nein, ich wollte euch das jetzt hier echt nicht antun. Ja, ein Leben. Wie nett von dir. Ich danke dir. Ich bin unglaublich dankbar. Zumindest bist du ein bisschen sozial. Ach ja, komm. Ich bin mal wieder zum Ausweichen. Am besten kommt jetzt noch, ich sterbe auf dem Weg. Das ist das Einzige, was fehlt. Ja, du springst dich mal... Ähm... Gib mir bitte abgehen. Nein. Das ist das Letzte, was ich möchte. Das, genau das. Danke. Besser von einem großen Packen. Das ist das Letzte. Ha. Nein, 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 Moment. Lass mich raten, es war ein fetter Fehler. Es war komplett richtig. Ja. Je, du bist so toll, du bist so irgendwas, du bist so... Ich liebe dich. Ja. Ja, ich liebe dich so sehr, dass ich dich umbringe. Ich bin gerade leise, weil ich mich konzentriere. Ich... Wieso hat mich dieser blöde, 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 dieser Pumarangmann umgebracht? Das finde ich es nicht in Ordnung. Das ist der größte Bullshit, den ihr je machen konntet. Konntet ihr mir sowas antun? Wegen euch ist mein ganzes Leben zerstört. Ja, nur wegen dir. Du, 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 wie heißt du überhaupt? Du Pumarangmann. Ich hab' mich jetzt einfach so getauft, weil ich es wollte und nicht du, sondern ich. Denn ich bin dein Gebieter. Kann der Sound nicht die ganze Zeit so bleiben, bis die Teile verschwinden? Das ist... Oh, das ist ätzend. Stört mich voll. Ich weiß nicht, wieso mich gerade das stört, aber... Es stört mich. Ja, wir sind jetzt gleich wieder bei dem ätzenden Spaß, die... Ja. Mhm. Ja, drop mir bitte noch ein Leben. Komm, ein Leben. Oh, sei nicht so. Seit man ein bisschen fährt zu mir. Ja, mir sonst auch immer ein Leben getroppt. Getroppt. Yeah. granted, keine licence. Du, 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 dün, dün, dün. Anstatt irgendwo, wie, nix zu erzählen, soll ich vielleicht mal die Melodie, wie, bisschen zu. Mit Labern, lallern. Oder wie man nix auch immer nennen, so. Du, 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 dün, dün. Manche können das Ding, bezeichnen manche, bezeichnen es einfach als, lallern, manche als Summen. Okay, Summen ist er. Was anderes. Etwas, was ich gerade irgendwie voll nicht kann. in TG den auch wollte mich verarschließen kommt ihm jetzt nix mehr auch kommt egal es bringt sich nicht irgendwie hier auf und ich bin ja noch gar nicht es kommt das war die Aktion mit dem Fallen und Fallen und und die Falle von Giffen und dritte Teleport system siehe wieder hier und es beginnend dem Wassermann die Brüben mit Brüben die zu ziehen ja ich hab kein Treffer am Anfang gemacht ist das nicht unglaublich toll von mir ja kommt ich hab's auch ganz doll lieb ja ich zu schossen auch noch meine ganze Kindheit meine ganze Erwachsenenheit und mein ganzes Leben die Schweine die Zerstörte ist alle alle jeder von euch und dann hässlichen Seifenblasen und der andere mit seinen hässigen Bumerang ja und so jetzt mit vollen AP zu diesen Feuertypen unten dann gehen wir zu diesen Stunner die obra ich halte die Zeit an Dintin 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 Ok you got a Bambelit so jetzt nehmen wir dich oh ich hab Babelit noch gar nichts drausen haha ja er trifft mich mit seinem ersten Versuch und ich halte ach ja er kommt ich hab's auch ganz so lieb als war die 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 hier mehr man hat was erreicht zum ersten mal in den verdammten nehmen d da kommt Atomic Feier haben wir wissen wir das was sie durch ein Kind passiert so gut war weil denn das ist das Wort war das über den fantastischen vier sind und springen wieder mal in den Typen rein wenn sich hier Prozent Prozent die Junge die sich bettet wird ich drüber ja und mann ich doch schon ich fall jetzt auf den wer das Prozent Alter es geht mit dem Alkohol als Kindheit oder was es kann leben oder was ja ich bin ich ja war klar dass der Typ mich wieder trifft hat nun prüfen ich nur mann alter die Züge ist Stuttgart gewaltig auf den Strich Junge Fick dich er kann immer sich doch geschafft ich oft soll ich gegen dich bitte kämpfen ja hey Junge hey du machst immer dann wenn ich gerade mal gelandet bin so schnell kann ich gar nicht wieder abheben ey Junge Lerner Mann und jetzt setzen musst du was die wo er nicht gleich die ganze Bude ein ich brauche drei verdammte Leben an die nur weil du zu blöd zu spielen bis zu Spaß ja kommen springen boah Junge ne ich hab langsam keine Lust mehr auf dich was ist gut gegen dich äh ja komm äh 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 welche gedacht das Eis gegen gerade so ein Spaß und stark sein kann boah ey ne letzter Versuch gegen dich du Hure ja ich spring mal wieder voll in dich rein und Ero und Jürgen Bär und Bär und Bär und Bär und Bär so ja komm die in Nien Nien die stadt so jetzt werde ich brauche ich konnte den Spaß noch mal ich habe zu lernen aus und er hat die mega Uhr ja Äh, stirb. Stirb daran, du Spacken. Äh, Noob. So. Das war's auch von diesem verdammten, verfickten Scheiß-Spaß. Ah, ja, mein letzter Versuch gegen Dr. Weidi. Ach, du Scheiße. Ja, mhm. Quick Boomerang, yeah. Und hier unten ist die letzte Tür, ja. Bis gleich, Leute.